Mein Gott, wo war denn das Kackloch? Wo bin ich denn runtergefallen? Wo geht es wieder nach oben? Man könnte fast meinen, ich wäre hier nirgendwo runtergefallen oder sonst was. Geht nicht nach oben. Was ist die scheiß Weltbank? Ich versuche es jetzt anders. Auf direktem Weg nach oben, soweit es erstmal geht. Und dann am besten noch weiter. Komm. Spitzende. Aha. Halt. Dann setzen wir da wieder hin. Und. Nein. Stellschwitze. Eisen nehmen wir auch noch mit. Alles was irgendwie nach oben führt. Vielleicht stoße ich ja auch wieder auf diese alten Geschichten, wo wir schon mal waren. Das nächste Drama wird trotzdem sein. Ist dann auch an der Oberfläche wieder was zu finden, was wo kommt. ist dann auch an der Oberfläche wieder weg. Und wir haben gleich unsere Verkämpfung. 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 Da nehme ich die Kohle mal doch noch mit. Was für eine Ebene sind wir denn? Wir müssen noch um. Position 66 ist auch in Position schon. Scheiße. Wo sind wir gelandet? 55 haben wir uns schon gekramt. Alleine schon. Hm. Da sind wir auf jeden Fall jetzt da wieder draußen. Geil. Ich habe keine Ahnung wo wir sind. Oh Mann. Super. Keine Karte. Nix. Ey. Ich sehe es schon. Komm wir werden 10 Folgen bis wir unseren Spawnpunkt erreicht haben. thema. Jetzt sieht ja des Wirkliche aus. Das sieht ja aber genauso gleich aus. 5rewthung. textoVeronomisch dessus. Humm ach glück gehabt boah ich dachte schon erstmal hier einsacken einsacken ein zwei drei ja ja gut das passt schon mal ja irgendwie ja vernünftig hier richten und viel stack darf man auch umsetzen gerade das ist jetzt länger weg wollen wir schon mal ein paar stacks holz verballern und zwar gut dass wir uns das noch erlauben können jetzt kommt der hin der hin dann kommt der hin dann kommt der hin dann kommt der hin dann ist das hier außen Da kommt der hin, da kommt der hin, der hin, fangen wir nämlich da an, und zwar bis da. Und hier, da, 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 und da an. Hier. Super. Muss ich den Baum nochmal fällen hier. Steht der auch noch ein bisschen im Weg? Aber ich bin erstmal glücklich. Überglücklich, das wär auch aus dieser Wien raus. Aber ich hab mich echt schon mal völlig verlaufen in solchen Geschichten in der Höhle. Und bin dann bis, keine Ahnung wohin, bin dann irgendwann in Lava gefallen und hab mich respawnen lassen. Beziehungsweise mit Absichtsschulerei. Und all solche Geschichten. So, ich mach mal das ganze dann. Und so ein Teil. Und drei. Vier. Dann können wir erstmal hier so aufeinander setzen. Vier. Ja. Vier einfach aufeinander. Statt. Ja. Genau. Hier haben wir das Grundzeug vom Baum noch ein wenig. Zwei, drei, drei, vier. Da ist der halbe Deck zu Ende. So. Ganz so schlecht. Kann man machen, das müssen wir aber nicht. ja so denke ich mal kann man wohl so lassen ja so Autsch um ja genau so ich denke ich mal alles schön Klappenwürde hier ist ja noch geiler und ja ist gut Niesbar noch ziehen halt das war glützend wegen Niesbar noch ziehen das brauche ich erstmal dann brauche ich eine Schaufel die ich gar nicht habe doch da ich würde gerade sagen den müssen wir auf dir bringen der passt ich dachte schon ich hätte mich jetzt selber zugebaut das wir es noch aufgelassen haben das wäre es jetzt auch gewesen erst in der Höhle für ihr dann selber auch so ein bisschen zubauen dann kommen wir aber zu einem Punkt an so alle mal her damit wir müssen gleich mal zusehen dass wir die ersten Trunen bauen jetzt habe ich jetzt eine mentale Erfolge und kann nichts mehr aufsammeln das wäre natürlich auch nicht so witzig so erstmal ein Pflasterstein stein 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 ja doch okay ja doch okay ähm mhm mhm den nehmen wir erstmal weg so und hier hier das ist angedrückt geil das ganze noch normal okay dann denkt ein Moment 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 oder los D g immer nicht doch richtig richtig ist doch richtig ja Attorney nächstes weg hier ich muss ja hier mal ein bisschen abschlagen hier, da schon ein Mikro, habe ich auch noch nicht gesehen das ist mir neu ich kenne die eigentlich nur diese hochgewachsenen Dinger ja diese Tropenholz Tropenholz, ja Tropenholz war das, diese Tropenholz passen auch noch was genau war oh, wenn ich mir das so angucken könnt ihr sogar wissen das sind noch nicht viel, das sind viel ja das sind viel gucken oh, jetzt schon hoch doch noch eine höher unfassbar hihihi 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 Es ist schon runtergefallen die setzlinge eben noch aufheben und dann sehen wir uns beim nächsten mal